Das Düsseldorfer Schloss an bzw. in der Düsseldorfer Altstadt bestand von 1260 bis 1872 bzw. 1896. Das Gebäude wurde 1260 als Niederungsburg der Grafen von Berg an der Rheinmündung der Düssel auf einer kleinen Insel erbaut. Ausbauten als herzogliches und kurfürstliches Residenzschloss erfolgten unter Wilhelm dem Demreichen, Jan Wellem und Karl Theodor. Internationale Beachtung erfuhr das Schloss vor allem durch seine Gemäldegalerie, die zwischen 1709 und 1712 als erster selbstständiger Gelribau Europas auf der Südseite des Schlosses angebaut worden war und bis 1805 eine weltberühmte Kollektion von Bildern der Renaissance und des Barock ausstellte. Von 1817 bis 1848 war in einem Teil des Schlosses eine Münzprägeanstalt des Königreichs Preußen untergebracht. Ab 1845 wurde das ehemalige Residenzschloss, das damals bereits einige Jahrzehnte die Kunstakademie Düsseldorf aufgenommen hatte, unter Friedrich Wilhelm IV. Punkt zum Parlament der Rheinischen Stände ausgebaut. In der Nacht vom 19. zum 20. März 1872 wurde das Schloss jahrhundertelang das Wahrzeichen der Residenzstadt Düsseldorf sowie ein Zentrum im Leben und im städtebaulichen Gefüge der Altstadt. Ein Raub der Flammen, ein noch erhalten gebliebener Südflügel wurde 1896 abgerissen. An der Stelle des Schlosses erstreckt sich heute der Burgplatz, dessen Name auf die historische Nutzung der Fläche als Burganlage hinweist. Von ihr blieb nur der Schlossturm erhalten, in dem das Schifffahrtsmuseum beheimatet ist. Darüber hinaus erinnert an das Schloss dort nur noch eine Kontur aus andersfarbigen Steinen, die den ehemaligen Grundriss des Düsseldorfer Schlosses im Pflaster des Burgplatzes andeutet. Baugeschichte Gründung und Ausbau 13. bis 15. Jahrhundert Die Schlossanlage wurde als gräfliche Burg vor dem Jahre 1260 gegründet. Die Entstehung des Schlosses weist in die Zeit, als Graf Adolf V. von Berg zusammen mit Herzog Johanni von Brabant und den Grafen von Jülich und Magd die Herrschaft des Kölner Erzbischofes in der Schlacht von Woringen 1288 endgültig beendete. Aus dem 13. Jahrhundert stammt noch der erhalten gebliebene Rundturm, die Erhebung Wilhelm II. In den Reichsfürstenstand zog eine planmäßige räumliche Ausgestaltung der Düsseldorfer Residenz nach sich. 1382 bestand auf dem Schloss der Vorläufer einer Bergischen Kanzlei. Für 1382 sind Baumaßnahmen an einer fürstlichen Kapelle verbirgt. Die als Schlosskapelle in einer Urkunde vom 12. Juli 1392 des Erzbischofs von Köln Friedrichi.Angefühl hrt wurde. Weitere Baumaßnahmen fanden um 1384 statt. Es wurde eine dreiflügelige Burganlage errichtet, die ungefähr die Fläche des heutigen Burgplatzes beanspruchte. Der Bau erfolgte im Rahmen eines Stadterweiterungsplans. 1399 sind bereits zwei Kapellen vorhanden. In der kleineren leistete Herzog Wilhelm am 23. April 1399 in Gegenwart des englischen Abgesandten. Johann de Palazio dem englischen König Richard II. den versprochenen Lehn seit 1435 wird ein Burggreif erwähnt. 1492 brannte die Burg zum ersten Mal. Anschließend ist vermehrte Bautätigkeit festzustellen. Ende des 15. Jahrhunderts wurde das Schloss ausgebaut. Es entstand der viereckige Südostturm, der die Mühlen und Kurzesstraße, sowie den Markt- und Burgplatz dominierte. Als Material waren zu dem Schloss Sandsteinquader vermischt mit Trachüt verwendet worden. Spätere Verstärkungen wurden in Ziegelsteinmauerwerk gearbeitet. Am 23. Dezember 1510 zerstörte ein erneuter Brand den Versuch eines erweiternden Wiederaufbaus. Item in demselben GROP den 23. Dach des Emberbrande die Alte Borchtow-Düsseldorf-Ganzer-FF. Beschreibt die Duisburger Chronik den Brand der alten Burg in Düsseldorf. 1521 wurde Düsseldorf Hauptstadt der Vereinigten Herzogtümer von Jülich-Kleweberg und bedurfte nun dringend eines repräsentativen Schlosses. Den Wiederauf- und Umbau leitete Bertram von Zündorf. Aber erst als Wilhelm der Reiche im Jahre 1549 den Renaissance-Baumeister Alessandro Pasqualini aus Bologna nach Düsseldorf berief, kam die Bautätigkeit in Schwung. Dieser vollendete im Jahre 1551 den einzig noch erhaltenen Turm des Schlosses. Er setzte diesen toskanische Säulen vor. Weiter setzte Pasqualini dem Turm eine Renaissance-Kuppel, gekrönt von einer Laterne mit welcher Haube, auf. Im nordöstlichen Winkel des Schlosshofes brachte Pasqualini auch eine dreigeschossige Lodscher an, die in ihren modernen Renaissance-Formen von der altertümlichen Fachwerk-Galerie links des rechteckigen Treppenturms sehr absticht. Dokumentiert ist ein Edikulay-Portal mit durchbossenquader rhythmisierten Wandpilastern. Auch die Schlosskapelle mit ihrer Altarwand und Tiffelung mit Blendarkaden, korinthischen Wandpilastern und verkröpftem Gesims muss als Werk Pasqualinis gelten. Format und Kunst Pasqualinis lassen sich an den erhaltenen Bauten Schlossreit und Zitadelle jülich ablesen. Anlässlich der Hochzeit mit Jakob B. von Baden-Baden schuf Franz Hogenberg im Jahre 1585 verschiedene Kupferstiche, die die Architektur des Residenzschlosses darstellen. Kupferstiche von Franz Hogenberg zum Düsseldorfer Residenzschloss um 1585. Punkt, 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 Punkt. Im Jahr 1613 trafen sich im Düsseldorfer Schloss der pfalz-neuburgische Erbprinz Wolfgang Wilhelm und der brandenburgische Kurfürst Johann Siegesmund, um über den jülich-kläffischen Erbfolgestreit zu verhandeln. In der Hitze des Wortgefechts erteilte Johann Siegesmund dem Pfalz-Neuburger eine Ohrfeige. Die Verhandlungen erbrachten keine Einigung. Umbau nach Plänen Martin Hilles Ende 17. Jahrhundert Als Kurfürst Jan Wellem die Herrschaft übernahm, verlegte er seine Hofhaltung nach Düsseldorf. Er ließ gegen Ende des 17. Jahrhunderts das Schloss nach seinem Geschmack modernisieren und ausstatten der Treppenturm am Rheinseitigen Flügel. So wie Loccia und Galerien mussten Arkaden und einer streng gegliederten dreizeiligen Fensterfront weichen. Die Erneuerungsarbeiten richteten sich auch auf das Innere, dabei bediente sich Jan Wellem italienischer Architekten, insbesondere des Domenico Martinelli, der zunächst unter Einbeziehung von Grundmauern des alten Schlosses eine große rechteckige Vierflügelanlage mit symmetrischen Barockfassaden und Raumabfolgen entworfen hatte. Wegen fehlender Geldmittel wurde dieser Entwurf jedoch nicht realisiert, stattdessen wurde das alte Schloss aufwendig modernisiert. Die barocke Hofhaltung verlangte aber auch mehr Raum. So wurden ein Backhaus, ein Brauhaus, ein Pferdestall und eine Reitschule gebaut, außerdem ein Theater, ein Ballhaus und ein Pagenhaus. Im rheinseitigen Flügel wurde der große Festsaal mit Fenstern zum Rhein erbaut. In diesem Saal hatten die Bankette und Bälle anlässlich der Hochzeit Johann Wilhelms des Sohns Wilhelms des Reichen. Mit Jakobi von Baden stattgefunden, der Saal hatte eine sehr mächtige Balkendecke und riesige Wandteppiche. Eine Abbildung hat sich im Erinnerungsbuch des Dietrich-Graminoes erhalten. 1654 empfing Herzog Philipp Wilhelm den englischen König Karl II. Auf dem Schloss 1697 fand im Schloss wieder eine bedeutende Hochzeitsfeier statt. Der homosexuelle Gian Gastone dei Medici, neben seinem ebenfalls homosexuellen Bruder Ferdinando letzter männlicher Vertreter des großherzoglichen Hauses Medici, vermählte sich mit Anna Maria Franziska von Sachsen-Lauenburg, von der er sich bald kinderlos trennte. Womit diese Dynastie zum Aussterben verurteilt war. Während des spanischen Erbfolgekriegs im Oktober 1703 startete der zum König von Spanien proklamierte Erzherzog Karl, der spätere römisch-deutsche Kaiser Karl VI., dem Kurfürstenpaar im Schloss einen Besuch ab. Auch der an den damaligen Kriegshandlungen beteiligte John Churchill weilte in diesen Tagen in Düsseldorf. Wegen der Eroberung des kurkölnischen Kaiserswerth im Jahr 1702 hatte ihn die englische Königin Anna zum ersten Duke of Marlborough erhoben. Zwischen 1709 und 1712 wurde nach Plänen von Matteo Alberti als erster selbstständiger Gelribau Europas die Gemäldegalerie Düsseldorf an das Schloss. Angebaut Kurfürst Jan Wellem und seine Gemahlin Anna Maria Luisa residierten in Düsseldorf, wegen im Sommer oft nach Schloss Benrath aus. Für die Jagd bezogen sie Schloss Benzberg. Nach dem Tode Jan Wellems wurde die Hauptresidenz des Kurfürsten unter seinem Nachfolger Karl Philipp 1718 nach Heidelberg und 1720 nach Mannheim. Verlegt So das Schloss und Stadt Düsseldorf ihre herausgehobene Stellung wieder verloren. Im Jahre 1755 entschied sich Karl Theodor aufgrund der durch Brand und Feuchtigkeit verursachten Baufälligkeit des alten Schlosses für einen Neubau. Daher ließ er den alten Nordflügel abbrechen. Bei den anderen Flügeln ließ er die Brust während der Dächer entfernen und über den gotischen Bogenstellungen des dritten Geschosses ein zusätzliches Geschoss als Wohnräume für die Dienerschaft aufbauen. Der Gebäudekomplex wurde mit steilen, schweren französischen Dächern gekrönt. Die Entwürfe lieferte der Hofbaumeister Johann Kaspar Nosthofen. 1780 errichtete Nicolas de Pigage den neuen Mahlstall. Die Heere des revolutionären Frankreich erreichten 1794 den Rhein bei Neuss und Düsseldorf. Am Abend des 6. Oktober beantworteten die Franzosen unter Jean-Baptiste Kleber und Jean-Baptiste Bernadotte, dem späteren König von Schweden, eine Kanonade der kaiserlichen Truppen in der Stadt mit einer Beschießung Düsseldorfs. Daraufhin entstand in der Nacht auf den 7. Oktober ein Großfeuer, bei dem das Residenzschloss, Kirche und Kloster der Kur-Elestinerinnen in der Ratinger Straße, der kurfürstliche Mahlstall an der Mühlenstraße sowie viele Bürgerhäuser aus- und abbrannten. Die Beschießung wurde von einem Unbekannten in einer Gouache gemalt. Im Vordergrund ist die französische Batterie am linken Rheinufer dargestellt. Die Stadt ist erhellt von Flammen, die aus dem Schloss und den Häusern an der Ratinger und an der Mühlenstraße herausschlagen. Im Verschönerungsdekret vom 17. Dezember 1811, das im Gesetzbültin des Großherzogtums Berg veröffentlicht wurde, sah Napoleon Bonaparte, der im Vormonat Düsseldorf besucht hatte, unter Art. Fünf vor, dass das alte Schloss wiederhergestellt und eine Universität darin untergebracht werden sollte. Die erhalten gebliebenen Teile des Schlosses sollten für den Provinzial-Landtag der Rheinischen Stände und für die Kunstakademie nach Plänen des Kunstakademie-Professors Rudolf Wiegmann und des königlich-preußischen Hofarchitekten Friedrich August Stühler erneut wieder aufgebaut bzw. baulich im Stil der Neorenaissance ergänzt werden. 1845 fand die Grundsteinlegung im Beisein von König Friedrich Wilhelm IV. statt. Der als Teil der Schlossruine noch stehende Turm wurde in Anlehnung an Pasqualines Ideen ebenfalls im Stil der Neorenaissance wiedererrichtet. So erhielt der Turm über dem obersten Stockwerk noch eine Laterne mit Plattform, nach dem eigenhändigen Entwurf König Friedrich Wilhelm IV., umgesetzt von Stühler. Der Nordflügel wurde eingedeckt. In der Nacht vom 19. auf den 20. März 1872 brach aus nicht geklärter Ursache im Obergeschoss des reinseitigen Schlossflügels ein Großbrand aus. Der das ganze Schloss in Mitleidenschaft zog, auch der für das Ständehaus genutzte Teil brannte aus. Das alte Galeriegebäude blieb aber dank des Einsatzes seines Konservators des Malers Andreas Müller samt seiner wertvollen Bestände erhalten. Nach dem Brand wurde nur der Schlossturm wiederhergestellt. Zunächst entwickelten Wilhelm Lotz der Leiter der Architekturklasse der Kunstakademie und Hermann Riff hat Pläne zu einem Wiederaufbau des Schlosses für Zwecke der Kunstakademie. Hiergegen richteten sich Bedenken anderer Professoren, die die Eignung des Schlosses als Akademiegebäude bezweifelten und bessere Räumlichkeiten forderten, welche sie mit dem Neubau der Kunstakademie am Sicherheitshafen 1879 schließlich erhielten. Auch der Provinzial Landtag der Rheinprovinz ließ sich einen Neubau errichten, das zwischen 1876 und 1880 erbaute Ständehaus am Kaiserreich. Der noch erhalten gebliebene Südflügel des Schlosses wurde 1896 abgebrochen. Es blieb nur noch der Schlossturm in der von Pasqualini und Stühler geschaffenen Gestalt übrig. Der Anfang des 20. Jahrhunderts Rundertturm genannt wurde, Rezeption. Thomas Colliard, ein englischer Reiseschriftsteller, der als einer der Väter der Grand Tour gilt, schieb in seinen 1611 veröffentlichten Crudities. Die erste Stadt, zu der ich kam, war Düsseldorf, eine hübsche Stadt im Herzogtum Kleve, direkt am Rhein gelegen. Sie ist bemerkenswert durch zwei Dinge. Das eine ist ein großartiger Palast, der dem Herzog gehört, und dann ist dort eine Residenz des herzoglichen Hofes. Doch so wenig ich auch sah, so bemerkte ich doch, dass es der prächtigste Wohnsitz ist, den ich in den ganzen Niederlanden sah. Dieser Palast besitzt eine einzigartige Besonderheit. Ein Teil des Rheins ist schön von ihm überbaut durch passende Gewölbe, die zu diesem Zweck angelegt wurden. Heinrich Heine erinnerte sich an seine Düsseldorfer Kindheit mit folgenden Zeilen. Punkt. Wir saßen vor der Marmonenstatue auf dem Schlossplatz. Auf der einen Seite liegt das alt, verwüstete Schloss, worin es spukt und nachts eine schwarzseidene Dame ohne Kopf mit langer, rauschender Schleppe herumwandelt. In der schwarzseidenen Dame verbirgt sich die Erinnerung an die unglückliche Jakobé von Baden.